Was ist denn? Wir waren nur kurz weg. Da waren andere Katzen. Das wäre schiefgegangen. Na, weil die anderen Katzen nicht gewollt hätten, dass ihr auch kommt, Schatz. Weil es ist doch der ihr Zuhause. Ja, wir haben dir noch was mitgebracht. Vielleicht auch von euren Leckerchen. Nein, wir sind deswegen nicht dumm. Wieso sagst du sowas? Schatzi, man muss auch teilen können. Ihr habt so viele Leckerchen. Das ist schon mal okay. Ja, den Laserpointer haben wir ihnen auch mitgenommen. Aber weißt du, du spielst ja auch nicht damit, Lilly. Nein, Schatz, wir haben es mehrfach versucht und du hättest auch nicht damit angefangen. Nein, ganz sicher nicht, Schatz. Wir haben es ein paar Mal probiert. Und der Charlie, der hat sich gefreut. Der hat damit gespielt. Ja, das ist der Kater von seiner Mama. Der ist nett. Du würdest den auch mögen, Schatz. Ich glaube, sie sieht es anders. Okay, was jetzt noch? Ja, da ist noch eine zweite Katze. Der Charlie wohnt da nicht allein. Die heißt Betty, aber die ist ganz scheu. Ich weiß nicht, warum die scheu ist. Süße. Ja, wir haben auch mit denen gekuschelt. Lilly, aber weißt du was? Wir haben dafür auch was für euch. Soll ich es dir zeigen? Das ist eine Snackrolle. Wenn du die drehst, kommen da Leckerchen raus. Schau mal. Du musst die drehen, dann fallen Leckerchen raus. Pass mal auf. Schau mal. Hast du die Stäbe drin, ja, gell? Ja, ne. Schau mal, du musst es drehen. Dreh es mal. Warte. Bisschen fester drehen. Wow. Okay, also trotz Stäbe kommen die Leckerchen echt gut raus. Wie viele hast du da reingemacht, Schatz? So acht Stück. Na gut, die ist dann erst mal jetzt beschäftigt, würde ich sagen. Ich habe gedacht, da kommen nicht so schnell... Ich dachte auch nicht, dass es so schnell geht. Ey, das Ding war gar nicht teuer. Das hat einfach mal 3,79 Euro gekostet. Aber was für eine T-Mail? Mhm. Ja.